und ich dachte vom battle worms würden wir es erst einmal eine zeit lang verschont bleiben wow au warum wird auf einmal alles so schnell jedenfalls vom gefühl her ist alles ziemlich schnell geworden ich muss auch mal darauf achten ob ich irgendwo gegner raus lassen kann ja warum nicht ouch okay merke da kann man gegner freilassen merke das ist nicht so toll die seite war ja tot mehr oder weniger wäre hier auch ein böser knopf zum drücken mh 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 So. Wir haben ein paar neue Haustiere, die wir dir zeigen möchten. Sie werden nicht beißen. Da war der Knopf. Das heißt, Taktik ist, Knopf drücken und wegrennen. Hat das getroffen? Hat das auch Schaden gemacht? Ja, das macht sehr viel wenig Schaden. Das war wieder der falsche Zauber. Ein bisschen hochregenerieren. Das ist eine gute Idee. Okay. Das ist ein bisschen arg schlimm. Okay. Da kommt gleich Nummer zwei. Die kann ich eigentlich nicht gebrauchen. Ich brauchte einen anderen Kumpel, der fast am Abschnippeln war. Das ist halt das Blöde an dem Gang. Wow. Das war wieder knapp. Falsche Richtung. Okay. Er ist wieder in die Richtung abgehauen. Ok. Ja. Kommen euch her. So. Level Up für Silastra. Manergy bringt vielleicht nicht so viel, aber bringt was. Naja gut, die nächsten beiden Level gehen da rein und dann geht's in Dodge. Ja, bis jetzt, okay. Ich weiß ja, wo der hin muss. Ich weiß aber auch, dass die Höhe hinter mir zugehen wird. Von daher, guckt euch das an. Die beiden sind schon fast wieder unten. Warum auch immer. Und die beiden sind noch fast voll, was das Essen angeht. Als ob das irgendwie falsch berechnet wird. Nicht hier lang, sondern hier lang. Und hier lang. Okay. Das ist ein Rätselraum. Ein böser Rätselraum. Ja, wir haben auch kein Feuerschutzschild. Okay. Switch. Walk. Schlüssel. Schlüssel, was leichtes zu essen, das ist gut. Und ein Heilkraut, ist auch gut für Notfälle und eine Fackel. Wow. Au. Okay. Das ist jetzt nicht so schön. Nein. Also Tarion hält auf jeden Fall nicht viel aus und das Spiel ist abgestürzt. So, nachdem immer wieder das Spiel gecrasht ist, bin ich wieder auf der anderen Seite hier. Wow. Lebensregeneration hat gestoppt. Okay, jetzt muss ich aufpassen wieder. Am besten einfach regenerieren. So. Von hier aus komme ich nicht auf die Seite. Also, was versuchen wir? Erstmal das Feld wieder aufdecken, dass ich weiß, dass ich da schon war. Oh, man sieht netterweise auch, wo die Platten sind. Also, wenn, dann kann ich wahrscheinlich hier außen rum. Okay, hier bin ich gerade in Sicherheit. Wow. Ich bin ja eben halt neugierig, was hier drin ist. Das ist ein Onomentschlüssel. Mhm. Ouch. Okay.